Einst schlebte auf einem Felsen eine Nixe und musizierte so laut, dass jeder Fährmann vom Kurs abkam. 2010 ist die Gefahr wieder da, denn iMusic1 rockt die Lorelei. Rock Area, The Metal Fest Evil 2010 mit Arch Enemy, Doro, Sacred Reich, JBO, Sepultura, Sodom und Apokalyptika. Das Rock Area 2010 vom 29. bis 31. Juni auf der Lorelei.